I would sail across the sea Just to see you on the flat side When the wind is coming from day And will get to sit in your sight naaaaain Alter, nein, hilft mir auch Eben, yo Du bist ja da ganz oben schon Bist du hässlich? Bist du hässlich? Bist du hässlich? Alter, das wird bleiben lang. Ja. Okay, das war... Das ist jetzt scheiße. Ich hab kaum noch Moniz... Yay! Die Zombies, die sind egal. Zombies, ich dachte, das wäre Tele-Tubbies. Nein, die Tele-Tubbies. Das wäre dann noch viel schlimmer auskommt. Stimmt. Ich glaube, das ist freiwillig. Oh. Das kommt mit Medikitten raus. Ja, jetzt, wo der Tank kommt, bestimmt. Immer beim Nachladen. Hier, Arsch euch, ihr seid so feige. Oh, scheiße, scheiße. Ah, dieser Drecksjockey. Nick Frixus irgendwie. Arschloch, kplatz단. Helft mir, helft mir, helft mir... Danke. Oh, nein, 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 nein... Nein, 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 nein. Oh, Gott. Meine Finger tut weh. Ich habe zu viel getriggert. Oh, Gott. Wir haben die Stumpe. Oh, fuck it. Na gut, sah von jetzt schon wieder zu viel aus. Viel Leben. Ist unfassbar. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr mit Pistil geschossen und wir haben ja die ganze AK-Munition für verschwenden. Bist du schon schwarz-weiß? Nö. Aber Alice ist jetzt schwarz-weiß. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen schwarz-weiß. Scheiße. Also nicht schwarz-weiß, aber... Doch, du bist jetzt schwarz-weiß. Oder? Nein, noch nicht. Ah, dann ist's gut. Oh, so lange ich mich echt verarsch. Müssen wir hinten helfen? Nein! Was ist das? Oh nein! Ne Monsterzunge! Ja... Ihr wart alle tot! Schleiß dich so, aber bitte raus die ganzen Fails, oder? Alter! Und dann geht's! Also hier ist willkommen bei Let's Play Lab 4 Dead. Unser erster Versuch noch. Schon gut, schon gut, schon gut. Blackpink a la marge. Und du bist einfach schlecht, Alice. Und danke. Oder die stellen uns... Tschuldigung, tut mir leid. Du kannst es dir hier drin denn gern häuslich einrichten nicht. Nee, du wirst jetzt echt vorsichtig spielen. Ich will nimm dir den Snipe, dass du mehr auf einmal töten kannst. Du hast ja gesehen, wie erfolgreich das bei mir funktioniert. Weißt ja, ich komme nicht rein. Doch. Tschuldigung, tut mir leid. Ich nehme mir das. Das ist das Beste, Alter. Ohohoho, es wird nie was mit dir niemals im Leben. Ich kann das mal reinfahren. Ne, ich bleib immer wieder spasti. Futterhahn. Ich mag Zombies, Knustriegel, leckere Zombies. Ich auch, bloß langsam geht es mir echt auf die Nerven. Ohoho, die gehen gleich viel schneller da unten. Nur zur Hintergrundinformation, weil ich will ziemlich überniss, wenn das Asken das wegschneidet. Wir sind jetzt beim vierten Mal bei dieser Mission. Ich werde dich wegschneiden. Du wirst es nicht wegschneiden. Alles nicht, alles sind am Stück. Wir werden grandios failen. Also wenn wir jetzt noch failen, ne? Fuck, Alter. Ja, genau. Das könnt ihr mal hier fressen. Danke. Ihhh, der blutet. Pardon. Nein, nicht zu verzeihen, dass du bewuset hast. Einfach nicht zu verzeihen. Okay, du musst sterben. Du bist infiziert. Infiziert? Hey, passt doch mal. Alter, dieser Lecks. Oh, scheiße, Hitler. Hallo, Hitler. Hitler. Kotz. Hitler. Hitler. Tag. Tag. Also, ich bin Kott. Dies schon mal, als Hitler. Ich kann mich nicht nur für meine Philippe. Das ist wie die 1.90, 10.3. Oh, so schnell sind wir aber noch nie durchgekommen. Nein, ich bleibe so. Na komm her, komm her, komm her. Ich meine letzte. Nein, nicht schon wieder der Tank. Immerhin bleibt die perfekte Stelle. Hey, gelass. Ich bin ja mal ins Volk. Von hier können wir mit den Ringskunden töten den Tank, oder? Ja, diesmal kriegt der Tank mit die Klatsche, das verspreche ich auch. Ich gehe mal auf die Seite hier. Oh mein Gott! Wow! Ich bleibe jetzt hier, weil ich glaube, hier kriegt er mit. Ich fette es doch nicht durch die Stangen. Doch, der passt durch die Stangen durch. Nein, der passt durch die Stangen durch. Okay, das war zu einfach. Oh Gott! Alter, was war denn das? Wie viele Schüsse hat er ausgehalten? Wie viele Schüsse hat der? Oh Gott. und 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 Ich komm gleich hinterher. Ich muss nur mal ihn verwinden, dann kann ich ganz schnell hinterher kommen. Nein. Krass, Alter, ey. Das ist auch heftig hier, Mann. Ich komm gerade so vor, als wäre der, als wäre leicht der, die Sound-Animation zum Schuss. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, ah, oh Gott. Komm, Spaß, dann. Du Scheiße. Was? Oh, fuck it. Was ist das denn? Hört auf, auf mich zu schießen. Nein. Komm, nur noch das letzte Stückchen. Da ist ja schon ein Heli, deswegen nur das letzte Stückchen, komm. Ah, ah. Miam, miam, miam. Hä? Nein, da kommt ein Schadschauer hinter die Asken! LOL! Elegant ausgewichtigt! Tank! 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 Ich verarsch' ich hab' keine Sprungletzung mehr! Was liegt hier? Das liegt nicht so gut! Oh mein Gott! Schweres Maschinen gewährst! Schweres Maschinen gewährst! Ja, ihr Nutten! Ich kann mich nicht holen! Ascon! Oh Gott! Warum kann ich nicht drauf zugreifen? Doch jetzt! Ascon holen wir den Typ bei mir weg! Nein! Oh fuck it! Nein! Nein! Hilf mir hoch! Oder lauf zum Hubschrauber! Lauf zum Hubschrauber! Oder hilf mir hoch! Da hinten kommt Zombie-Splitter! Wir probieren alle noch zu retten! Er wirみent Das! Das! Teilt das! Wir probieren alle noch zu retten! O зн! Zeilt das! Leckt mich, Zombie! Lack aufhacker! Unterhack' Inter Leck aufhacker! Ich brenne warm brennig! Papert undеньfe Ich muss safe sein. Ich muss safe sein. Ich muss safe sein. Besserer Spieler of the world. Ich kann es noch schaffen. Ja. Los, alles geschafft. Alice, bitte, komm schon. Komm, Alice. Alice, komm. Ja, geschafft. Ah. Ja. Win. Würde ich nicht unbedingt für dich sagen. Guck mal, Alice. Wunderschöne Animation. Guckt mal bitte an, wer überlebt hat. Gedenken an. Danke. Ja. Fick dich. Oh, schön. 2 Stunden. Oh, ich bin so schlecht. Guck mal, wie schlecht ich bin. Oh, Gott. So schlecht. Ähm. Ah, dafür bin ich der Pipebombmeister und der Moltafmeister. Aber ey, es gab keinen einzigen Defibrillator in diesen, diesen Ding. Nee, ist mir auch aufgefallen. Nahkampfkills. Scheiße, nahkampfkills. Hab ich die meisten. Yeah. Ja. Getür... Ja, auch da hab ich mehr. Ja. Schade über mich. Oh, Gott. Wie viel Schaden wir ja letzten Abend. Hat er mich schon nicht... Oh, ja. So viel zu den Verbündeten getroffen. Ja, ich hab gedacht, ich hab immer die meisten Verbündeten getroffen. Ja. Genauigkeit. Ja. Genau gleich. Das war's. Genauigkeit kann nicht sein. Ich hab extra gut gezielt. Fickt euch. Ja. 1700. So fertig bist du ja noch nie. Ich hätte immer so um die 3000. Aber na gut. Das war's. Oh, Gott. Das war's erstmal für diese Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Fails haben euch nicht so gestört. Nächstes Mal spielen wir auf Experte, oder? Ja, klar. Nächstes Mal. Wir haben jetzt nochmal fortgeschritten und naja. Bis dahin. Noch viel Spaß. Ciao. Ciao.